Herzlichen Glückwunsch für den Wunsch gegen den Austrieren. Sie haben drei Sets bekommen. Wie war das Spiel? Es war wirklich schwer. Es war bei fast das schwerste Spiel, das wir bisher hatten. Es war gut für uns. Wir mussten es testen werden. Sie sind ein sehr guter Team. Wir mussten es in der 3. Sets machen. Aber es war gut, dass wir testen werden. Wir haben morgen gewonnen. Ich denke, wir sind jetzt noch besser vorbereitet für die Semifinals. Was hast du in der 3. Sets gesehen? Als es nicht so weit war, dass die Austriere weggeflogen wurden? Dann hast du Druck auf dich. Hast du ein bisschen nervös? Weil es ist deine 1. World Championship? Nein, ich wollte einfach mehr durchführen. Ich wollte etwas mehr kontrollieren. Ich wollte etwas mehr von meinem Spiel nehmen. Ich lasse es mir ein bisschen weg. Ich sah April und dachte mir, ich werde den Ball passen. Wir haben eine Spiel bei einem Spiel. Wir haben einfach nur einen Spiel bei einem Spiel. Wir fangen so viel wie möglich. Wir müssen uns auf die Bannern oder die Nets gehen. So be ich. Sie hat eine Kiste auf uns. Nachdem sie mich auf die Hände schiefst, sie fuhr nach den Ball und auf die Banner. Und sie hat sie ihre Kiste auf uns. Wir werden solche Zeit machen. Das wäre nichts für uns. Aber ich dachte, dass du sie verpasst. Wie war es vor der Weltkampionszeit? Hat April dich mitgebracht? Kannst du mit mir spielen oder erzähl uns, wie es läuft? Sie hat mich in Person gefragt. Und es war sehr ernst. Ich dachte, wir sind sehr gute Freunde. Ich dachte, dass etwas zu jemandem passiert ist. Und sie hat mich gefragt, zu spielen. Und ich würde gerne gerne spielen. Wie ist es für dich, auf der Weltkampionszeit zu sein? Hast du schon mal hier in Staria Punk? Nein, das war mein erstes Mal in Polen. Und das war mein erstes Jahr, die internationalen Tour zu versuchen. Und so ist es für mich ein tolles erste Weltkamp. Okay, viel Glück. Jetzt sind wir in der Semifinal. Wir sehen uns, was passiert. Danke! Danke!